Guten Tag und herzlich Willkommen! Hier ist dein Vadim Chenzi. Ich begrüße dich herzlich. Und heute gibt es etwas Neues von mir. Und zwar, es gab vor Jahren schon eine Idee, eine Meditationszede zusammenzustellen. Und jetzt ist es soweit. Und zwar nicht nur mit meinen Heilgeheimnissen und Meditationen, sondern mit viel mehr. Also über eine Stunde Stoff, ist auf diese CD als MP3 drin. Und nicht nur. Viele energetische Übungen findest du dort. Sowie drei Meditationen. Und so sieht diese CD eigentlich aus. Schauen wir hin. Vadim Chenzi Heil Geheimnisse mit Aufmachen, mit schöner Musik von Dani Felber, von einem prominenten Musiker. Also wir haben es zusammen kreiert, also er mit seiner schönen heilende Musik. Ich mit meiner Stimme. Und hier hast du natürlich auch die CD zu sehen. Ab sofort in jeder Buchhandlung erhältlich für 9,90 Euro. Und wir brauchen keine Ängste aus dem Leben, sondern nur noch Liebe. Schreien-E District in der Mitte der Mitte. Untertitelung des ZDF, 2020